Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir uns mal auf die Probe und zwar machen wir den sogenannten Twin-Test. Das funktioniert so, wir bekommen ein Wort gesagt, sage ich mal so, und müssen dann runterzählen und dann auf jeden Fall ein Wort sagen, was uns dazu einfällt und wenn es dasselbe ist, dann gibt es einen Punkt und wenn es nicht dasselbe ist, dann gibt es keinen Punkt und wir werden mal schauen, wie viele Punkte wir schaffen. Wir haben das ganze schon mal gemacht, das war glaube ich zwei Jahre her oder so, da war, ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, also wenn ihr Interesse daran habt, dann schaut gerne mal im YouTube-Verlauf, ich weiß gar nicht, ob das Video noch da ist, aber ich denke mal schon. Ja, aber jetzt mal wieder, wie es jetzt ist, man verändert sich ja auch und genau, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Video und wir wünschen euch viel Spaß. Okay, das erste Wort wird sein Übung, meine Kraftübung. Ja, Kraftübung. Eins, zwei, drei, Bank drücken. Das ist so die typische, man darf wirklich jetzt nicht denken, okay, was denkt sich der andere, sondern wirklich erst, was dann direkt in den Kopf schießt. Essen. Boah, da gibt es ja so viel Auswahl. Eins, zwei, drei, Kartoffeln. Krass, krass. Ich denke mal, ich habe auch schon vorhin nachgedacht, wir nehmen bestimmt das Wort zu essen, also ja. Es gibt so viel, klar, man denkt auch so ein Pizza an, aber das erste ist so Kartoffeln, weil es kennt uns, wir essen hinter Kartoffeln, wir lieben Kartoffeln, wir haben alles, man kennt deutsche Kartoffeln. Jetzt nehmen wir das Wort hier. Eins, zwei, drei, Hund. Okay, das ist eigentlich, naja, es fällt einem meistens zuerst ein und zweitens, weil wir einen Hund haben. Ja, ich denke mal, ja, Leute, schreibt mal. Aber gestern vor vier Jahren haben wir Maja geholt. Also wie ihr seht, das ist eigentlich vor vier Tagen. Jetzt nehmen wir das Wort Beauty. By the way, wir haben eigentlich nicht wirklich was mit Beauty zu tun, wir schminken uns nicht und deswegen werden wir jetzt mal gespannt. Wir benutzen auch eigentlich keine Pflegeprodukte, Wasser. Also mir fällt jetzt nur ein Wort ein, aber ich kenne jetzt auch nicht alle Beautyprodukte. Eins, zwei, drei. Was kam? Das ist Es ist ja dasselbe, also eigentlich nach einer Halbepunkt. Nach einer Halbepunkt. Weil Juba durch Maskara ist meines Erachtens dasselbe, ich bin kein Profi, aber ich glaube, so viel weiß ich. Jetzt das Wort Kalorisch. Also kalorisch, viele Kalorien. Bei Pizza. Ja klar, Öl ist, ja, okay. Es gibt halt so viele Sachen, die kalorisch sind. Nüsse auch. Ich hätte es nicht an du was gedacht, sondern eher so an richtigen Mahlzeiten, aber also Leute, vor allem wenn ihr Nüsse esst. Also ich denke, die meisten wissen, dass Nüsse sehr viele Kalorien haben. Wir essen auch Nüsse ab und zu, aber um unsere Vetter zu decken. Aber die lieben wir auch ab. Also bei Nüssen sollte man vorsichtig sein. Dann isst eine Hand gleich mal 300 Kalorien. Das ist dann nicht so, ah, ich drags mal nicht. Oder, ja, dann ist schon, also dann lieber auf Chips zurückgreifen, wenn man eher ein bisschen länger was essen will. Oder Popcorn, oder? Ja. Nein. Ja, okay. Nüsse. Nüsse sind natürlich absolut geil, aber man muss halt ein bisschen aufpassen. Oder als nächstes Wort Supplement. Also, ja, okay. Eins, zwei, drei, no way. Ja, way, no way. Ja, also no way, können wir mal erklären. Das ist normales Way, das ist no way. Also das ist einfach veganes, veganes Kutinpulver. Und das ist einfach nicht veganes. Also das ist nur die Veganheit so anders. Und Leute, ab einem Bestellwert von 25 Euro bei Rocker bekommt ihr eins von vier Exclusives gratis mit dazu. Ihr müsst einfach nur den Link in der Infobox benutzen. Ihr bekommt auch noch eine Probe dazu. Und ab 50 Euro ist die Bestellung sogar versandkostenfrei. Und Leute, wie es ist, No Way ist so krank. Das ist nicht sandig. Wir kennen auch ein veganes Kutinpulver, was echt sandig ist und eklig ist. Aber das ist so geil. Das ist einfach, es gibt verschiedene Sorten. Alle sollen gut sein. Wir haben jetzt nur zwei getestet. Und das, Alter, das ist Kinder Country. Und das wird auch richtig heftig. So geil. Ich weiß nicht, ob es, das müsste es eigentlich auch noch geben, weil Rocker ja ab nächstem Jahr komplett vegan ist und das ist ja noch nicht vegan. Also schaut in den Shop, die müssten noch verfügbar sein. Aber dann schlagt zu, weil ab nächstem Jahr ist alles vorbei. Aber wichtig ist, ihr müsst den Link in der Infobox benutzen, denn so läuft nur die Aktion und ihr unterstützt uns dabei. Und bekommt eben gratis Brot. Das wäre selber Zufall, weil da ist man nicht geplant, dass wir hier eine Werbung einbauen. Bei uns lassen das gelten. Ray, No Way. Das wäre beides Proteinpulver. Ja, dann machen wir einen halben Punkt, dann haben wir den vorhin, ich sag mal, aufgefüllt. Jetzt das Wort Technik, also technische Geräte, Technik, Technik. Eins, zwei, drei, Handy. Schon nachher hab ich iPhone oder Handy sagen. Boah. Das, also... Ja, ich hab Handy gesagt, die hat iPhone gesagt und deswegen ist zwar, iPhone ist zwar ein Handy, aber ich würde es trotzdem jetzt fairerweise als falsch gelten. Als nächstes Wort nehmen wir das Wort Farbe. Mal schauen, was uns einfällt. Muss jetzt die Lieblingsfarbe sein, einfach nur eine Farbe, die einen direkten Kopf stößt. Ein, zwei, drei, Geld. Jetzt nehmen wir mal das Wort Urlaub. Zwei, drei, Baden. Ich hab Barbe gesagt, Barbe ist... Dort hat unsere Opa sein Ferienhaus und dort waren wir als Kind oder auch jetzt noch, eigentlich oft im Sommer. Das ist eine Ostsee. Ja, genau. Auf Rügen. Und... Ich hab halt Griesland gesagt. Da waren wir letztens im Urlaub und das ist mir deswegen direkt eingefallen irgendwie. Aber naja, wir müssen Gas geben. Es ist... Jetzt das Wort Sport. Eins, zwei, drei, Fitness-Studio. Fitness-Akrobatik. Ich hab unsere beiden Sport angenannt. Fitness-Studio und Sport Akrobatik. Hm. Irgendwie auch. Ja. Ich hab irgendwie direkt eingefallen so. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Vereinssport macht und ob ihr da jetzt Training habt in den Ferien. Und allgemein auch wegen Corona. Ist ja manchmal noch eingeschränkt in manchen Bundesländern. Und ist jetzt auch wieder Mass-Gepflicht im Einkaufsladen. Das war ja mal drei Wochen nicht. Ähm. Ich hab's sehr genossen. Die Zeit ist vorbei. Aber im Endeffekt ist es jetzt auch kein... Man kann's ja machen. Stört mich jetzt auch nicht so. Man ist jetzt auch gewohnt. Aber... Das ist, glaub ich, das Geringste, was... Was man macht. Ja. Naja. Deswegen ist es jetzt ein bisschen leichter. Jetzt nehmen wir das Wort Muskeln. Fällt mir direkt eins ein. Äh. Also, oder Muskeln, Muskeln... Ja. Ja. Eins, zwei, drei. Bizeps. Ja. Ist ja der typische... Weiß nicht. Bizeps. Ich hab auch so an sich gedacht, aber irgendwie... Jeder weiß, glaub ich, auch, wo der Bizeps ist. Ja. Viele wissen bestimmt nicht, wo der Quarit ist. Der Quarit ist. Ja. Der Narcissimus oder so, aber... Ich glaub... Bizeps. Kann jeder was mit anfangen. Jetzt kommt das Wort Fernsehshow. Boah. Wo ist mein Ego-Task? Mir ist gerade was direkt eingefallen. Zwei, drei. Take me out. Ich wollt wirklich auch rüber überlegen, ob ich Take me out nehme. Irgendwie dachte mir so, ja. Weil wir als Kind früher immer DCS geschaut haben. Ich sag mal, du musst nicht mal nachdenken, welches du nimmst, wenn du das erste, wenn du dir direkt in den Kopf stößt. Wir möchtet halt Take me out, weil da kommt immer Werbung und Fernsehen. Ich schaue bei Fernsehen, außer im Internat, beim Sport. Aber ihr seid uns nicht bewusst von Fernsehen. Die Zeit... Ja. Hab ich, glaub ich, Besseres zu tun, als die Zeit beim Fernsehen zu verbringen. Jetzt kommt das Wort Schulfach. Also... Ja. Wir sind zwar seit... Zwei Jahren nicht mehr in der Schule. Dementsprechend haben wir auch keine Ferien. Zwei. 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 Jetzt kommt das Wort Marke. Also es kann jegliche Markenprodukt sein, was es gibt. Also es wird jetzt sehr schwer. 1, 2, 3 Lotion Zipat. Also mir ist direkt Nike eingefallen. Immer wenn man eine Marke sagt, man Nike. Ich habe es auch Lotion Zipat, weil ich es sehe. Aber ich habe nachher auch, ob ich Apple nehme. Ist auch, ich sage mal, schon ein Hersteller. Jetzt nehmen wir das Wort Kalorienarm. Es gibt ja sehr viele Kalorienarm-Sachen, wo man direkt einhört. 1, 2, 3 Salat. Also Salat ist wirklich keine Kalorien. Ja, ich glaube auf 100... 11? Ich weiß nicht genau. Wir essen... Es war lange her, wann wir immer wieder Salat gegessen haben. Also so Eisbergsalat jetzt. Eher so unsere Diät damals. Das waren keine schönen Zeiten. Immer mit Thunfisch, harter Käse. Jetzt haben wir so ein bisschen traumatisiert. Und ich sage mal, da wir jetzt gerade im Aufbau sind, kann man halt auch gut eher ein bisschen vegetarischer essen. Weil man kann auch anderweitig sein. Proteine decken. Ja, vegan. Ich glaube, das ist noch nicht so in meinem Kopf, weil ich liebe einfach Quark, mag Quark, Bowl. Und ja, wir versuchen es in den Alltag einzubauen, dass man weniger Fleisch isst, weil wir es halt nicht nötig haben. Und ja, man spart auch Geld, so muss man sehen. Und aber wenn es jetzt halt mal dazu kommt, brauch ich einen Grillabend oder so, dann ist es halt mal so. Aber grundsätzlich versuchen wir halt eher ein bisschen weniger Fleisch zu konsumieren. Und genau, deswegen nehme ich auch Omega-3 und so, um auch die Fischfette zu sichern. Fisch bin ich sowieso nicht Soda-Fan. Also Fischstäbchen und sowas schon und auch mal einen Fisch. Aber jetzt ist nicht, dass ich sage, boah, das ist so geil. Aber ab und zu ist schon lecker. Also Thunfisch ist es auch nicht so geil. Es muss schon eine richtige Fischart sein. Da habe ich aber keine Ahnung, da weiß ich selber nicht, was mir gut schmeckt. Aber Thunfisch geht auch mal, aber es hat schon oft genug gegessen. Ja. Dann werten wir mal die Punkte raus. Und zwar haben wir sechs... 1, 2, 3, 5, 5, 5, 8, 10. Okay Leute, wir haben nicht mal 55% geschafft. Wir haben sechs von 14 Punkten. Und ziemlich traurig ist, ich glaube wir sehen kann deswegen. Ich glaube, das eine wurde einfach noch dazu adaptiert. Aber wir haben schon oft dieselben Gedanken. Ja. Oft immer so, wir denken an dasselbe. Der eine sagt so, ja. Boah, jetzt, jetzt ein Brötchen oder so. Und andere so, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, komisch Beispiel jetzt, aber ihr wisst schon, was ihr meint. Oder man denkt gleichzeitig an den selben Moment zurück. Ähm. Ja, war ich noch damals. Ja, ich habe auch gerade daran gedacht. Und das ist irgendwie immer so. Irgendwie immer. Wenn ihr ein Zwilling seid, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch ähnlich seid. Oder ob ihr viel zusammen macht. Und wenn ihr kein Zwilling seid, schreibt in die Kommentare, ob ihr gerne ein Zwilling hättet. Also wir sind froh, dass wir ein Zwilling haben. Und genau. Also das war's jetzt mit diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut gerne auf Instagram täglich auch vorbei. Dort sind wir täglich wirklich aktiv. Und dort seid ihr immer auf dem laufenden Stand. Und. Ja. Das war's jetzt mit diesem Video. Und. Vergesst nicht den Link in der Beschreibung. Und bestell doch auch da. Und das war's jetzt mit diesem Video. Und. Ciao.